Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video, in dem wir mit Ihnen ein köstliches Orangenkuchen-Rezept teilen werden. Wir sind sehr aufgeregt, Ihnen dieses klassische Dessert vorzustellen, das mit seinem zitronigen Geschmack und seiner weichen Textur sicherlich begeistern wird. Außerdem ist es ein sehr einfaches und einfaches Rezept, also egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Koch sind, Sie können diesem Rezept folgen und alle mit einem erstaunlichen Orangenkuchen überraschen. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, möchten wir Sie bitten, nicht zu vergessen, einen Daumen hoch zu geben und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere erstaunliche Rezepte wie dieses zu erhalten. Teilen Sie dieses Video mit Ihren Freunden und Ihrer Familie, damit Sie auch dieses köstliche Dessert genießen können. Wir freuen uns sehr, dieses Rezept mit Ihnen teilen zu können, also schnappen Sie sich Ihre Zutaten und lassen Sie uns beginnen. Zutaten 3 mittelgroße Orangen 4 Eier 1 Tasse Zucker 2 Tassen Weizenmehl 1 halbe Tasse Öl 1 Esslöffel Backpulver Puderzucker zum Bestreuen Anleitung Heizen Sie den Ofen auf 180 Grad Celsius vor und fetten Sie eine Backform mit Butter und Mehl ein. Waschen Sie die Orangen und schneiden Sie sie in kleine Stücke, mit Schale und allem. Entfernen Sie die Kerne und pürieren Sie die Orangen im Mixer zu einem Brei. Fügen Sie die Eier, den Zucker und das Öl dem Orangenbrei hinzu und schlagen Sie alles zusammen, bis eine homogene Mischung entsteht. Geben Sie das Weizenmehl und das Backpulver hinzu und schlagen Sie erneut, bis die Mischung glatt und homogen ist. Gießen Sie den Teig in die gefettete Form und backen Sie ihn im vorgeheizten Ofen etwa 35 bis 40 Minuten lang oder bis der Kuchen goldbraun und fest ist. Nehmen Sie den Kuchen aus dem Ofen und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn mit Puderzucker bestreuen. Dieser Orangenkuchen ist ein klassisches Dessert, das jeder liebt. Mit seinem Zitrusgeschmack und seiner weichen Textur ist es perfekt für jeden Anlass, vom Familienfrühstück bis zum Abendessen mit Freunden. Außerdem ist das Rezept einfach und leicht nachzumachen, was bedeutet, dass Sie diesen köstlichen Kuchen genießen können. Untertitelung des ZDF, 2020